Nein, das nicht. Registriere Energieknappheit. Schon wieder? Äh. Hey, das wollte ich jetzt nicht. Na, nimmst du das jetzt? So. Die Ökobilanz ist besser geworden. Aber solange der Strom noch fehlt, wird das nichts. Auf welche Ökobilanz soll ich denn kommen? Auf 50. Das wird hart. Das wird sehr hart. So. Aber irgendwie schaffbar. So, Werkzeuge. Glas nochmal. Ich bräuchte wirklich mehr Werkzeuge. Um das geht's hauptsächlich jetzt. Die Werkzeugbeschaffung. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Ich stehe zu ihrer Verfügung. Ich stehe jederzeit mit weiteren Informationen zur Verfügung. Wo werden die jetzt hingeliefert? Wo werden die jetzt hingeliefert? Auf welche Anlieferung der bestellten Waren? Was brauche ich hier? Offshore-Kraftwerk. Hier ist was? Hier ist was? Das läuft auch. Das läuft auch schon so richtig gut. Das Teil. So. Nimmst du jetzt. So. Na komm. Fahr schon. Langsames Ding hier. Äh. Äh. Was wollte ich mitnehmen? Glas. Werkzeuge. Ein paar Bauzellen. So. Jetzt dürfte ich es aber jetzt hier fertig bekommen. Hoffe ich mal. Das Zeug frisst eigentlich schon verdammt viel Strom hier. So. Jetzt habe ich Strom am Mars. Jetzt kann ich hier mal endlich versuchen die Ökobilanz zu retten. So. Da brauche ich noch so ein Teil. Äh. Da noch eins. Energieversorgung mangelhaft. Ach. Verarsch mich. Ich brauche jetzt noch. Ökobilanz. Werte steigen. Ja. Dann ist ja gut. So soll es ja auch sein. So. So. Bisschen Strom gefällig. So. 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 Mir geht schon wieder das ganze Zeug aus. Das gibt es ja nicht. So. 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 Jetzt brauche ich noch so ein Teil. Jetzt habe ich gleich jede Mine zugepflastert. noch nicht mehr normal hier. So. Jetzt baue ich noch solche Dinger. So. Und. So. Ach. Mir fehlen die Werkzeuge schon wieder. Reicht es vielleicht schon? Natürlich nicht. Wo denke ich denn hin? Reicht doch nicht. Verwarten auch. So. Hier geht es meiner Bevölkerung. Oh. Sushi geht aus. Aber dieses Mal liegt es am Reis. Blaue gerade auf. Aber muss ich programs auch noch schnell errichten. Wenn meine große Nussschale hier ankommst. Auf. Huch. Äh. Werkzeuge. Danke. Was irgendwie? Die haben so einen Überbedarf schon wieder an Zeug. Getränke, Nahrung. Ich glaube, da muss ich konsequent wieder nachhelfen. Und hier ist so einiges im Weg. Ja. Klub, klub. Jetzt baue ich noch Na, wo ist es denn? Reis an. So ungefähr, so. Fünf so Teile. Eins. Zwo. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Die Straße natürlich wieder offen lassen. Sonst habe ich hier Probleme. So. Nochmal eine Straße, bitte. So. Hier einfach mal so rüber. Dann passt es. Und für die Öko-Balanz brauche ich noch 14. Deswegen muss ich ein Somo-Einteil noch komplett richtig hinstellen. Hier zu 86, zu 90, da zu 100. So. Auf den ersten Blick sieht das Getreide auf dieser Insel okay aus. Aber Kontamination ist nicht sichtbar. Ich brauche eine Probe für unsere Tests. Äh, wobei ich's denn hin hier so. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Jetzt dachte ich schon, dass schon wieder Strommangel herrscht. So, 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 haben wir das. Ah, ich glaube, gleich habe ich's geschafft. Mit der Mission dauert auch schon lang genug, würde ich jetzt mal behaupten. Neun. So. Ähm, hallo. Äh, so. Muss ich hier erstmal her. Hey. Waren. War so ein Hartweizen-Scheiße. Was liegt an? Auch mal wieder her. Ja, okay, so. Sie können ein Saatgup-Gemüse für Ah, scheiße. Obst. So, zack. Na, komm. Sie benzinzen nicht genug Credits. Äh. Wo sehe ich meine Lizenzen? 25. Verflucht. Sieh mal an, wer da kommt. Wie kriege ich jetzt mehr Lizenzen? Lizenzen erhalten Sie durch Abschluss von Aufträgen, Abkommen, spezielle Items oder den oder den Verkauf bestimmter Gegenstände. Ah, Waren. Da wächst doch kein Weizen. Das ist doof. Weiß ich jetzt nicht echt nicht, wie ich das machen soll, dass ich jetzt an Lizenzen komme. Doof. Kommunikationssysteme online. Oh. Ah, nö. Scheiße. Scheiße. Setzen Sie das Saatgut Hartweizen ein und liefern Sie anschließend folgendes Hartweizen. Eine Tonne. Oder liegt es auf einmal auf mysteriöse Weise hier? Ah, da ist es ja. Ich brauche mein Schiff. Achtung. Produktionsstillstand. Untertitelung.